herzlichen glückwunsch liebe fans der sammlerkunst zur 201 ausgabe von fan das sammler magazin euer magazin rund um actionfiguren und merchandise ja nach der letzten jubiläumsausgabe der 200 gibt es heute wieder eine reguläre ausgabe und ich habe ja letztes mal schon angedeutet und euch schon mal kurz gezeigt dass ich neben dem tollen powercon exclusive 2020 das hier ja hier steht ist noch ja das hier aus den prototypen der masters of the universe ja das hier in fünf figuren verewigt worden ist dass ich da auch noch die shira princess of power zum 35 geburtstag ja auch bekommen habe ja und die wollte ich mit euch zusammen hier mal auspacken shira ist ja eigentlich eine mädchen toyline ja die war ja damals in den 80ern 1985 erschien sie erstmalig war ja wirklich voll im barbie look ja man merkte an dass mattel sie zu verantworten hatte denn die figuren hatten kämmbare haare und sie sahen wirklich aus wie barbie puppen und weniger wie actionfiguren und mattel hatte letztes jahr 2020 in ihrer origin style toyline ja der masters of the universe auch shira herausgebracht und da merkte man schon an dass es sehr barbie lastig war ja aber sie glich mehr hier einer actionfigur weil ihre haare hier nicht mehr kämmbar sind ich habe euch dieses unboxing ja gezeigt zur original origins shira und ihr könnt euch gerne noch auf meinem kanal anschauen unter der playlist playlist origins giganten so und 2018 hatte auch super 7 eine shira herausgebracht sie hat mir wirklich ein wenig sehr misslungen die die hautfarbe war mehr sonnengegerbt und sie wirkte auch ein wenig dicklicher ja muss man lassen sie wirkte ein wenig dicklicher fand ich persönlich total daneben aber immerhin noch besser als die origin shira warum wie gesagt guckt euch mein unboxing dazu an ich sitze erstmal hier bei einer tasse kaffee gleich lese ich euch noch einen glückwunsch vor was mir ein zuschauer geschrieben hat zu meinen 200 folgen fan das sammler magazin das mache ich aber gleich am schluss ja hier tasse kaffee he man ja muss sein tasse kaffee aus einer he man tasse hier i have the power ja eine tolle tasse gibt es sehr günstig zu kaufen für zwischen acht und zehn euro ja ich habe es damals geholt da war der lockdown noch nicht da bei saturn da habe ich glaube ich knapp neun euro gezahlt ja also so tassen gibt es wirklich günstig so wir fangen nun an hier ist der braune mailer wir fangen mal an uns mal den braunen mailer anzuschauen ja da ist der braune mailer shira in action shira in motion und das ist schon mal richtig gut geworden das verheißt wieder was tolles hier auf der linken seite steht masters of the universe und darunter der vermerk dass es wirklich für sammler ist und auf der rechten seite das mattel logo auf der rückseite sieht man das gleiche artwork nochmal shira in motion und darüber sieht man ihr wirkliches ego so sieht die packung von oben aus und so von unten mit einigen produktinformationen wie gesagt diese figur ist auch ein power con exklusiv für 2020 sollte eigentlich im sommer 2020 erscheinen aber durch die herrschende corona epidemie wurde der versand auf dezember 2020 verlegt ja deswegen gab es auch die lords of power auch ebenfalls erst im dezember letzten jahres so diese figur ist eine sammlerfigur sagte ich schon hat circa ich weiß gar nicht was mir gekostet hat 40 us dollar dann kommt natürlich zoll da drauf die verschiffungsgebühr zack sind wir bei zwischen 70 und 90 euro gelandet kommt natürlich darauf an wo er die bestellt habt und space figuren hat sie auch im sortiment ja dann wollen wir uns erstmal anschauen ich habe mir auch keine reviews angeschaut und vorweg zu sagen falls ihr jetzt darauf wartet ich mache ein unboxing nein ich werde die figur nicht auspacken ich werde nur ein in boxing wieder machen aber was ich schon sagte ich werde ein unboxing machen mit dem power con exklusiv lords of power das habe ich mir vorgenommen jetzt gucke ich zum ersten mal toll wow was ist das für was ist das für ein krasser shit also gut von den farben bekommt man ein wenig augenkrebs klar dieses grelle rosa aber wer mich kennt weiß ich mag ja solche grellen farben und die verpackung ist ja wirklich geil erinnert ein wenig an die verpackungen von damals aus den 80ern und diese figur soll ja auch eine huldigung sein zum 35 geburtstag von shira und shira sieht fast genauso aus wie die origin shira bis ja bis auf die richtigen haare die dabei sind man kann sie auch kämmen sie hat auch ein kamm dabei sieht ja gut aus ist auch hier sehr gut geschützt in einer in einem blister zusätzlich jetzt gucken wir uns erstmal kurz die figur die verpackung und die figur gucken wir uns mal ganz kurz jetzt hier einmal ich baue auf an ja da steht sie ganz schön in ihrem blister und das fällt richtig schön auf eine richtig schöne verpackung ja hier das princess of power logo und oben links sieht man nochmal den hinweis dass es nur für sammler ist ja dann hier princess adora becomes shira most powerful woman in the universe ja so ist die zwillingsschwester von he man ja im hintergrund sieht man shira auf swiftwind und hier unten die shira man erkennt hinter ihrem diadem die kämmbaren haare ja und das gesicht ist wirklich sehr barbie lastig kann ich gar nicht oft genug sagen der oberkörper von barbie samt ihrem ja ihrem tüll und was richtig schön geworden ist die 35 mit dem diadem von shira und die rückseite ist auch richtig grandios ein richtig schönes artwork das sehr 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 stark an die 80er verpackung erinnert hier sieht man unter anderem beau und luke ja toll eine tolle tolle figur ja shira eigentlich wie gesagt gefällt mir shira eigentlich nur ja in der club grayskull variante die ich oben stehen habe die ist jetzt nicht so mein absolutes highlight weil ich habe euch ja schon in der review gesagt zur origin shira dass sie für mich gar nicht so richtig aussieht wie shira und ja sie hat diesen umhang diese unechten haare ja aber hier ist sie schon ein wenig auf hochwertiger gemacht und sie erinnert wirklich so an dem original toy aus den 80ern und das coole hier doch daran ist was mattel und die powercon sich gedacht haben hey wir machen nicht nur so einfach so eine umverpackung sondern die umverpackung kann man nochmal aufklappen und da drin ist ein schönes kleines comic guck mal jetzt sehe ich es ja erstmal wenn man die hoch schiebt man kann das auch wieder verschließen sehe ich gerade so soll ich es machen ja komm ich mach es ich mach es einfach mal hoch so man kann das rausziehen und dann hat man sie noch so ja ich würde sie jetzt nicht rauspacken wollen sie hat das gleiche zubehör ja sehe ich gerade schon wie die origin shira aber sie hat noch ein kamm dabei ein kamm damit man ihr haar so sieht es von hinten aus ihr haar kämmen kann ja habe ich als kind habe ich es nicht gemacht ich hatte als kind ja wo shira rausgekommen ist mir nur shira geholt weil ich wusste dass das die zwillingschwester von he-man ist und das wollte ich nur haben den rest der puppen habe ich verachtet so wie gesagt hier der rückblister lässt sich auch aufmachen und was hat man da ein super geiles comic und tolle artworks guck mal hier hier hordak ist da nicht toll geworden hordak so wie man ihn kennt aus der masters of the universe äh toyline hier unten in der frite zone mit ketra mantena und grizzlor dann hat man hier noch weiter ach toll da hat sich wirklich mattel was überlegt die hauen ja diese exclusive sie sind ja immer geil die sind immer sehr sehr hochwertig hier sieht man ja ach toll 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 obwohl ich nicht der klassische shira-fan bin und ich auch wirklich nur die shira habe von der princess of power-reihe okay dann habe ich ja noch aus der club greyskull noch mantena grizzlor hordak ähm den hatten sie noch veröffentlicht fällt mir jetzt gerade gar nicht ein aber die habe ich noch natürlich aber so von den klassischen toylines habe ich gar nichts jetzt muss ich mal ganz kurz sie wieder zaghaft zurück tun ich habe seit kurzem netflix seit ich glaube zwei wochen noch nicht mal zwei wochen weil ich habe mir doch denn nach dem letzten live stream bei bumotv live haben mich doch die leute doch überzeugt mir ähm Netflix zuzulegen weil ich dachte ich habe ja euch gesagt ich wollte eigentlich Netflix erst dann holen wenn die masters serie endlich erscheint dieses jahr aber nach dem letzten chat konnte ich es doch nicht abwarten und habe mir so ist wieder zurückverpackt ach toll man kann wie gesagt man kann rausschieben und sich den ja die karte anschauen ähm ja ich konnte nicht abwarten und dann habe ich es mir geholt und jetzt bin ich dabei mir die Netflix Shira anzuschauen und ich habe ja immer nur durch die ersten Eindrücke die ich hatte durch Ausschnitte im Internet habe ich ja Shira eigentlich verteufelt also zumindest die Version von Netflix jetzt muss ich aber sagen okay der Zeichenstil ist für uns alteingesessene Shira Generation ja gewöhnungsbedürftig aber die Dialoge finde ich richtig krass und äh die Geschichten finde ich richtig gut gemacht also ich muss mir jetzt ein wenig zurück revidieren so Mist ist die Netflix Shira gar nicht ja lohnt sich eigentlich ich weiß es kommen viele äh ja das ist blöd und sagen ja ja ich weiß es ist blöd aber ich finde die gar nicht so schlecht die wurde glaube ich zu Unrecht kritisiert jetzt stelle ich mal die die Origin Shira hier hin finde ich immer noch nicht so toll muss ich sagen ich finde sie immer noch nicht so toll aber sie macht schon einiges besser finde ich ja schon sehr schön aufgemacht nochmal top Mattel ein schönes Exclusive und ja macht sich sehr schön schön hingestellt im Regal macht sie sich auf alle Fälle richtig gut ja bin ich mal gespannt was dieses Jahr 2021 was sich da Mattel auf der PowerCon einfallen lässt was dieses Jahr ein Exclusive werden könnte ja was kommt dann da diesmal auf uns Masters Fans zu ja jetzt kommt noch ein Kommentar den ich letztes Mal nicht erwähnt habe aber den werde ich euch jetzt trotzdem vorlesen einen kleinen Kommentar zu 200 Folgen Fan das Sammlermagazin da gab es noch folgende Kommentare zum Beispiel Michael Fritzen hat nochmal auf meiner Facebook-Seite Fan das Sammlermagazin kommentiert beim Warten auf eine neue Folge fühle ich mich genauso wie in meiner Kindheit wenn ich auf eine neue Folge meiner Lieblingsserie gewartet habe beim Ansehen kann ich mich am besten entspannen und einmal den Alltag vergessen ich nutze auch gerne die Videos zum Einschlafen wow das ist eine das ist wirklich eine Auszeichnung das ist jetzt nicht negativ das ist eine Auszeichnung da höre ich sie mir wie ein Podcast an nicht weil die Folgen langweilig sind sondern weil ich mich dann sehr gut dabei entspannen kann danke Michael ja schon mal ein geiler Kommentar dann hat noch geschrieben der Jürgen Dittberner ich kann mich daran erinnern wie ich letztes Jahr zufällig deine Videos bei YouTube kennengelernt habe das erste Video was ich von dir gesehen habe war das Video wo du das Buch die Welt der Meister der Hörspielband der Hörspielband war es übrigens zu den Hörspielen der Masters of the Universe vorgestellt hast was ich mir danach auch bestellt habe siehst du mal das so sollen auch meine Videos sein das sollen auch kleine Tipps sein manchmal auch zur Mahnung und zur Warnung ja manchmal und so wurde ich dann Fan das Buch Masters die Giganten des Universums habe ich mir auch geholt weil ich es durch dich kennengelernt habe auch die Masters Origins Figuren sammle ich jetzt und es macht mir richtig Spaß habe mir ja schon viele Videos hintereinander angeschaut das tut mir leid ja aber finde ich krass dass Leute dann viele Folgen von mir anschauen ja weil ich finde meine Stimme sehr quäkig auf Videos finde ich persönlich aber das haben glaube ich sehr viele Leute die Videos machen wenn man sich auf Tonband hört oder dann auf Video ist die Stimme schon manchmal sehr gewöhnungsbedürftig manche Videos sogar öfters weil es richtig Spaß macht zudem habe ich dir ja auch ein paar tolle Sachen zukommen lassen die dir auch Freude bereiten ich gratuliere dir auch ganz herzlich zu deiner 200. Sendung mach bitte weiter so für deine Fans das ist geplant ja auf die nächsten schönen 200 Sendungen und noch mehr vielen Dank dass du dir und deine Fans so viel Zeit nimmst schöne Grüße Jürgen danke Jürgen auch dir ein groß Böttcher Andreas schreibt bei Facebook mach weiter so dir zuzusehen und hören macht mega Spaß viele liebe Grüße aus der Pfalz Grüße zurück ja dann hat Matthias Schröttner noch geschrieben bitte weitermachen man merkt dass du es mit Herz machst das stimmt und das ist dir das und das ist das Wichtigste vielen Dank auch dass wir dich begleiten dürfen sehr gerne ja das waren noch einige Kommentare die angekommen sind zur 200. Ausgabe wie gesagt heute war es die 201. und es sollen noch einige folgen ja habt ihr euch auch diese Shira bestellt kann ich nochmal fragen oder habt ihr Shira geschaut auf Netflix wie sind denn eure Meinung zu Shira ich weiß es polarisiert viele finden sie Mist sagte ich ja schon ich bis dato hab mir auch nicht vorstellen können dass die Serie gut sein soll aber wie gesagt der Zeichenstil ist mir zu Manga ja stimmt aber die Stories und die Dialoge finde ich herrlich sehr erfrischend habe mir schon sehr viele Folgen angeschaut und kann sie eigentlich euch empfehlen so damit beschließen wir nun die heutige Ausgabe von Fenders Sammler Magazin und ich hoffe mal ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei ihr könnt gerne meinen Kanal falls ihr es noch nicht gemacht habt da bin ich auch schon mal mega dankbar dass ich in dreieinhalb Jahren und jetzt bei 201 Folge Fenders Sammler Magazin es jetzt bei schon fast 1550 YouTube Abonnenten geschafft habe jedem einzelnen Dankeschön danke 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 dürft ihr trotzdem falls ihr es noch nicht gemacht habt und ihr seid gerade durch Zufall auf meinen Kanal gestoßen dürft ihr gerne ein Abo hinterlassen ihr dürft auch gerne auf meiner Facebook Präsenz ein ein Gefällt mir hinterlassen nämlich unter Fenders Sammler Magazin oder bei Instagram da bin ich auch vertreten ich weiß da mache ich immer sehr 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 wenig Werbung für aber Instagram Kanal gibt es auch noch da bin ich zu finden unter fan-das-sammler-magazin das war jetzt genug Werbung für heute genug geredet bis zum nächsten Mal bleibt auf alle Fälle gesund und vor allen Dingen bleibt weiterhin Fan Tschüss Prost